Du bist jetzt zweimal innerhalb von zehn Tagen hier gelandet. Bist du etwa scharf auf die Krankenschwestern? Wovon reden sie da? Nur mit denen zu flirten, würde ich doch garantiert nicht meinen Arm absäbeln. Schade, dachte schon, wir hätten tatsächlich etwas gemeinsam. Langweiler. Hey. Letzte Nacht wurde ein mysteriöser Lichtstrahl gesichtet und ein zerstörter Aufklärungssatellit gemeldet. Und in meinem Krankenhaus befinden sich zwei Personen, die ohne Papiere in die Stadt gelangt sind. Seid ihr vielleicht dafür verantwortlich? Weiß nicht. Ach ja, der Brief scheint von den beiden zu sein, die dich und den Jungen hergebracht haben. Warte mal kurz. Der ist doch nicht für dich bestimmt, sondern für den Jungen mit dem Namen Tomakamijo. Ich darf das. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.